Was ist Sonja Ziedlows Schlüssel zum Glück? 2003 geben die Moderatorin und Jens Oliver Haas sich das Ja-Wort. Inzwischen sind der Dschungelcamp-Star und der Autor seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Anlässlich ihres Hochzeitstags verrät die Fernsehproduzentin ihr großes Liebesgeheimnis. Jeder von uns beiden hat die Freiheit, sein Leben zu leben. Er macht seine Rennradtouren, ich habe meine Reitturniere. Dabei unterstützen wir uns. Zudem verbindet die Eheleute ein geteiltes Hobby. Golf ist ihre gemeinsame Leidenschaft. Ein Leben mit einem anderen Partner kann sich Sonja jedenfalls nicht mehr vorstellen. Ich habe auch schon zu ihm gesagt, selbst wenn du mich verlassen solltest, ich würde keinen anderen mehr nehmen. So schön kann Liebe sein.